Moin moin, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting Video. Ich bin euse Violet und das ist mein Kanal. Heute möchte ich euch den Artbag Anoa vorstellen. Und zwar in der BBQ Smoker Verpackung Tube Ausführung. Vor ein paar Tagen haben wir den schon mal ausprobiert. Das Wetter war schön. Jetzt wird er langsam Sommer. Ich habe auch meine kurzen Hosen schon an, passend zu dem Anoa. Wir haben den verkostet, nachdem wir den Smoker ausprobiert haben. War super lecker. Ich werde euch dann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. So ein paar Eindrücke einblenden. Ja, den habe ich zum Geburtstag übrigens bekommen von meiner Frau. Habe ich mich super doll darüber gefreut. War ein sehr schönes Geschenk und ja, da werde ich noch eine ganze Weile Freude dran haben. Erstmal wieder was zu Artbag an sich, zu der Brennerei. Artbag gehört zu den Classic Malls of Scotland. Eine der größeren, bekannteren Brennereien liegt wieder auf der Insel Islay ganz im Süden. Zusammen mit Port Allen, Laphroaig, Lagavulin und Artbag. Schön aufgereiht unten an der Küste. Ist bekannt für seine Rauchigkeit, für seine Torfigkeit. Und eigentlich jeder der Whisky trinkt, der gerne trinkt, kennt den oder hat eine zu Hause oder ja, der gehört einfach dazu. Ja, Artbag ist auch wieder eine der etwas älteren Brennereien. Worte oder sie wurde ich glaube 1794 nachweislich bereits geführt. Damals noch illegal von Schmugglern und illegalen Schnapsbrennern. Das ging natürlich nicht ganz so lange gut. Irgendwann kam das Zollamt, die Zollbehörde, wie auch immer das früher hieß. Es gab eine riesengroße Razzia. Die Brennerei wurde gestürmt. Das flog alles auf und dann konnte nicht mehr illegal weiterproduziert werden. Also hat man ab ungefähr, man schätzt ab 1815 legal angefangen Whisky-Spirituosen zu brennen, was auch immer. Und nachweislich ab 1817. Und seitdem wird legal Whisky produziert. Ja, die Geschichte war relativ stabil. Artbag hat eigentlich fast durchgängig produziert und war bis 1969 glaube ich, 59 oder 69, ich glaube 69, übrigens noch in Familienbesitz und wurde erst später verkauft und macht einen großartigen, raurigen, schönen Islay Whisky. Artbag ist wieder schottisch-gälig und bedeutet so viel wie die kleine Anhöhe. Gut, heute will ich auch gar nicht so viel Geschichte und drum herum erzählen. Ich will es dabei belassen und schon mal auf die schöne Tube eingehen. Und zwar ist die im Stile von Grillen, Smoken, BBQ. Also man sieht es schon. Ich finde, das ist mal ein sehr cooles Design mit dem eingeprägten Artbag, diesen Löchern, was schon an den Smoker erinnert. Ja, Etikett dazu, tipptopp. So, dann schauen wir uns heute mal den Inhalt ein bisschen genauer an. Natürlich wieder schön aus Metall, von oben bis unten. Zuerst hat man hier den Smoker. Ob das jetzt, also ein Profi-Smoker wird das bestimmt nicht sein. Der ist auch schon so ein bisschen, ja, er wurde schon benutzt. Ja, der Smoker funktioniert folgendermaßen. Man hat hier diese kleine Metalldose mit diesen Löchern und hier oben mit dieser Öffnung. Wenn man das öffnet, hat man hier übrigens auch noch mal eine Anleitung. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich hoffe, es ist nicht allzu unscharf. Ja, man hat da noch mal eine Anleitung drin, wie das funktioniert. Falls man es nicht genau weiß, ist das alles schön gebildert und ja, lässt sich kilometerweit auffalten. Da gibt es auch noch ein paar Infos zu dem Whisky und eben die Smoker, Anleitung, Sicherheitshinweise etc., was dazugehört. Ja, wie funktioniert das nun? Ihr nehmt einen Grill mit Deckel und heizt den erstmal an. Ihr macht Kohle rein, lasst den erstmal durchglühen, wie man das bei einem normalen Grillen macht. Und dann braucht man natürlich noch zum Smoken irgendwas, was ja den Qualm, den Rauch produziert. Den gibt es nicht dazu, den muss man extra bestellen. Das habe ich mal hier. Da gibt es direkt von Weber, bekannte Marke für Grill und Barbecue, Hickory Wood Chips mit der Artback Banderole. Also die haben da irgendwie eine Kooperation am Laufen. Man bestellt oder Weber produziert, Artback vertreibt mit, macht Werbung mit. Ja, kostet auch gar nicht so viel, die Holzchips. Ich glaube, für die Packung habe ich, wie viel war es denn? 6, 7 Euro bezahlt. 5 Euro noch was. Und das ist drin. Das sind diese Holzchips. Ich zeig's euch mal. Sieht so aus. Sieht ein bisschen aus wie so getrocknete Pilze. Ich stelle das mal hier so daneben. Ein bisschen aus wie so getrocknete Pilze. Das ist eigentlich nur, ja, Holzspäne, Holzraspel. Vielleicht könnt ihr es so besser sehen. Ähm, an sich riechen nach nichts. Riechen ein bisschen nach Holz, wenn man dran riecht. Ansonsten mehr auch nicht. Davon nehmt ihr eine gute Hand. Natürlich ein bisschen mehr, als ich jetzt hier habe. Gebt das in den Smoker und wenn der Grill schön heiß ist, nehmt ihr das ganze Ding. Und stellt das einfach auf das Grillrost. Direkt, wenn ihr jetzt hier den Grill habt, zack, aufs Grillrost. Und lasst das dort ungefähr bei geschlossenem Deckel eine viertel Stunde bis 20 Minuten stehen. Ähm, ja, der Grill fängt an sich mit Qualm mit Rauch zu füllen. Riecht auch super lecker. Riecht super gut. Und wenn es dann soweit ist, ähm, lasst ihr das Ding einfach weiter drauf stehen. Legt euer Grillgut daneben, was auch immer ihr wollt. Steaks, Bratwürste, Fleisch, Gemüse, ja, ähm, Käse, was man halt so grillen kann. Und, ja, grillt das dann. Macht immer mal einen Deckel zu, dass der Rauch, der Smoke, ähm, auch ein bisschen auf das Grillgut einwirken kann. Und es war echt lecker. Also wir haben ein Teil davon ohne Smoker gemacht. War lecker. Ein Teil mit Smoker und man schmeckt es wirklich. Amen. rass ør Also ist ein nettes Gimmick, hier ist auch noch mal so Artbag mit eingelasert, das ist ein sehr nettes Gimmick, gefällt mir, ich stelle es jetzt einfach mal so zur Seite, ich stelle es mal hier rüber und ja vor allem als Geschenk, so wie ich es bekommen habe, tipptopp, ja ist mal was anderes, ist mal was besonderes und dann hat man natürlich neben so einem Plastedingsbums, damit das alles schön in der Verpackung drin bleibt, den Artbag, den Whisky. Erstmal ein bisschen Platz machen, genau Artbag typisch, wieder diese schöne alte oder altaussehende Flasche, grünes Glas, alles so ein bisschen baurig, gefällt mir sehr gut und ja, ihr habt einen schönen Whisky in der Hand. Steht alles drauf, Artbag Anoa, der hat übrigens 46,6% waren es glaube ich und ja, ist nicht kühl gefiltert, kann ich auch schon mal dazu sagen. Ja, und ist ein sehr schöner, runder Whisky, mit dem oder der zusätzlich zu den bereits drei Standardabfüllungen, die Artbag hat, jetzt noch die vierte Abfüllung bildet. Genau, wie lässt er sich am besten beschreiben? Der Artbag Anoa ist so ein bisschen der Großbruder vom bekannten Artbag 10, also von der absoluten Standardabfüllung, also wenn man von der Standardabfüllung schlechthin von Artbag spricht, habt ihr den Artbag 10. Und der erinnert schon stark daran, der ist allerdings noch ein bisschen süßer und ein bisschen würziger. Oder insgesamt, wie kann man es beschreiben, er ist allgemein dunkler als der Artbag 10. Joa, und da würde ich sagen, kommen wir schon mal ans Verkosten. Gurken immer rausdrehen, immer dran denken. Und da kommt schon Rauch aus der Flasche. So, ein ganzer Brocken an Rauch. So, von dem gieße ich mir auch mal einen guten Schluck ein. Gurken kommt wieder drauf. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich habe es gerade hingestellt. So, Artbag-typisch, genauso wie die anderen Islay Whiskys, besonders die im Süden. Artbag liegt übrigens gleich in der Nähe von Lagavulin. Und dann daneben kommen Laphroaig und Port Allen. Habt ihr wieder den See-Charakter. Den mag ich persönlich ja unheimlich gerne. Also ich bin ja so ein Rauch-Freund, so ein See-Freund. Und ihr bekommt hier einen, ja, goldenen Whisky. Also der ist schon, ich habe es leider nichts zum Gegenhalten. Ich muss mir wirklich mal irgendwann was zum Gegenhalten mit für die Videos hinlegen. Ihr habt einen schönen goldgelben Whisky, nicht so einen dunklen, finde ich. Und ja, der sieht schon frisch aus, so ein bisschen, ja, nach Meer und nach Sommer passend zu dem Smoker. Und das Erste, was ihr hier im Glas habt, ist Rauch. Den Artbag-typischen, starken, dominierenden Rauch. Ein sehr appetitlicher Rauch. Genau, der steigt sofort in die Nase. Die 46,1, muss ich doch nochmal nachgucken, wie viel es denn jetzt genau gewesen sind. Und ja, 46,6 lag ich doch richtig. So, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Die 46% hat man auch wieder nicht in der Nase. Also das ist auch auffällig bei diesen ganzen Isla-Whiskies, die ich auch bisher schon vorgestellt habe. Man hat nicht so diesen beißenden, kalten, stechenden, alkoholgeruch in der Nase. Also man merkt es schon bei 46%, ganz weg ist er nicht. Aber der ist wirklich sehr weich. Neben dem Rauch hat man auch noch dunkle, fruchtige Noten. Ich würde sagen, man hat sowas wie Datteln oder auch Rosinen. Anis ist dabei. Und allgemein noch so eine cremige Note. Sowas wie Toffee, würde ich sagen. Was Toffee-artiges, samtiges. Was sich sehr schön übrigens ergänzt. Also ich mag gerne so Gegensätze, dieser Rauch, dieser Meerescharakter, gepaart mit diesen dunklen Früchten und dieser Süße. Also Erdbeck hat ja auch nach meinem Empfinden immer eine ganz bestimmte Süße dabei. Also da hat man immer so ein bisschen so diese zwei großen Blöcke, so dieser Rauch und diese Süße, diese samtige Süße. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wirkt sehr ausgewogen, sehr rund, sehr abgestimmt. Und riecht so ein bisschen wie Sommer am Meer. Also nicht so dieses stürmische, salzige Meer, was ich ja zum Beispiel bei dem Lagavulin oder bei dem Laphroaig deutlich für mich rausgerochen habe. Oder die Aromen, die für mich ganz deutlich vortreten, die mich an so ein stürmisches, frisches Meer mit so einer aufgepeitschten See, so einer frischen Brise und so einer Salzigkeit, Seetangnoten hat. Nee, das ist eher so Sommer. Also es kann natürlich jetzt auch so ein bisschen mit rein spielen, dass eben hier so ein Smoker-Pack als Verpackung da ist. Also dass man halt schon so dieses Barbecue-Sommer im Kopf hat. Aber für mich persönlich liegt das auch in den Aromen mit drin. Ich bin am Strand, am Meer. Ich habe da ein Lagerfeuer oder eben vielleicht so ein Smoker. Er macht so ein schönes Barbecue. Datteln sind dabei. Und so eine süße Marinade, wenn man irgendwas mariniert hat. Irgendein Grillkäse, irgendein leckeres Stück Fleisch. Und dort so eine würzig-süße Panade hat. Oder vielleicht auch so ein Chutney, so ein Dattel-Chutney. Und wenn man ein bisschen länger noch riecht, hat man auch so eine ganz leichte Fruchtnote. Da hat man vielleicht noch so etwas wie irgendeine Zitrusfrucht. Eine Orange oder eine Mandarine. Die kann ich aber nicht ganz fassen. Also man hört immer von einigen, dass da eine Orange drin ist. So genau könnte ich das jetzt nicht greifen. Aber definitiv hat man da noch irgendwo irgendwas Fruchtiges dahinter mitschwingen. So ein schönes Barbecue mit so einem raurigen Grill, so einem raurigen oder überhaupt so einem Smoker. Am Meer, es ist warm. Er hat so ein fruchtiges Chutney, Barbecue, Soße dazu oder irgendeine leckere Marinade. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine ganz leichte Jodnote mit dabei ist, die aber erst nach einer Weile verriechend dann mitkommt. Aber im Großen und Ganzen Rauch, eine samtige Süße und dunkle Früchte. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Cheers! Wahnsinn! Also hier habe ich auf jeden Fall ganz viel Rauch. Einen ganz starken Speichelfluss. Die 46% habe ich noch einiges an Druck auf der Zunge mit, auf die Zunge mit. Und der Rauch hält sich wirklich sehr lange. Und vor allem für Rauchfans, so wie mich, absolut super. Was hier noch auf jeden Fall sofort mitkommt, ist auch eine Würzigkeit. Also definitiv eine ganze Ecke an Gewürz, an Würze. So ein bisschen pfeffrige Schärfe, ich würde sagen, so Richtung roter Pfeffer. Jetzt habe ich auch so ein bisschen die Orange noch mit. Also hier habe ich ganz viele Noten, die ich jetzt auch wirklich versuche. Also ich merke, die sind da und die muss man sich dann so rauspicken. Also man muss sich echt da ein bisschen Zeit lassen. Asche ist dabei so. Zigarrenrauch, Zigarrenasche. Ja, eher doch so der Rauch, wenn man... Ja, doch eher so Zigarrenrauch. Und am Ende kommt jetzt noch so ein bisschen was Schokoladiges mit dazu. Und sagen so Richtung Milchschokolade. Eine nicht allzu süße Milchschokolade, sondern so ein bisschen was Cremigeres, die nicht frisch aus dem Kühlschrank kommt, sondern schon so bei Raumtemperatur eine Weile da lag. Und was ich ja auch wieder habe, das hatte ich ja beim Verriechen schon, so eine Anisnote. Aber auch nicht penetrant. Also man hat jetzt hier nicht irgendwie so einen Kräutertee-Anis. Also wirklich so ein Aroma, so ein leichtes Aroma. Und man hat so den Geschmack, wie schwarze Teeblätter riechen. Oder generell so Teeblätter. Ich würde schon sagen, Schwarztee, also schwarzer Tee. Genau, und so wie die riechen, bevor man die aufgebrüht hat, so schmeckt das. Also so einen Geschmack hat man noch mit. Also ganz viele Aromen, die hier alle auf einmal kreisen und die man sich picken muss. Was auf jeden Fall ganz am Anfang ganz klar da ist, ist der Rauch, die Würze und dann kommt so der ganze Rest. Super. Der Abgang, ich würde schon sagen, der Rauch hält sich sehr lange. Also ich habe den noch ganz klar auf der Zunge. Ich kann den immer noch greifen. Und ansonsten nur immer noch so ein bisschen Anis. Der Rest ist weg. Die Süße ist weg. Die Würzigkeit, die ist jetzt auch ganz schnell vergangen. Aber der Rauch und der Anis, die bleiben, die liegen immer noch im Mund. Also denen kann man wirklich, da kann man sich ganz viel Zeit lassen. Und allgemein vom Geschmack her, aber auch vom Abgang her ist er auch sehr weich. Also es ist ein schöner, runder Whisky, der viel bietet. Aber ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht die Offenbarung. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das was ich beschreibe, das ist der Whisky schlechthin. Besser geht es gar nicht. Das ist so der Über-Whisky, die Ausnahmeerscheinung vor allem für unter 100 Euro. Ich glaube sogar für unter 50 Euro oder um die 50 müsste der jetzt liegen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das war ja auch ein Geschenk. Also das ist er nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz toller Whisky, den ich Rauchfans empfehlen kann, ruhigen Gewissens. Der ein paar mehr Aromen haben möchte. Der auch so ein bisschen mehr suchen möchte, entdecken möchte im Glas. Der ist nicht so einfach gestrickt. Also top. Also beim zweiten Verriechen, ich verkoste ja immer zweimal so nacheinander, ist der Rauch gar nicht mehr so präsent. Also der Rauch, der hat jetzt ein bisschen abgenommen, er ist noch da. Er ist jetzt fruchtiger geworden, süßer. Ich habe jetzt hier auch so eine Eiche mitschwingen, so eine Eichennote. Einer, ich würde sagen schon so Datteln mit Zitrusfrüchten, so Datteln, Orangen. Also jetzt würde ich schon so Richtung Orange tendieren. Er geht so ein bisschen, erinnert er mich, beim zweiten Verriechen erinnert er mich ein bisschen an den zwölfjährigen Banner Heaven. Nur halt noch ein bisschen rauchiger. Er ist jetzt auch keine Kopie davon, aber er geht so in die Richtung. Süß, cremig. Dunkle, getrocknete Früchte, also Datteln, Rosinen. Auf jeden Fall noch ein Rauch, der jetzt aber alles so umhüllt, also so ganz zart legt er sich da drum. So eine Anisnote, die ist auf jeden Fall immer noch dabei. Also diese Anisnote ist jetzt nicht penetrant, aber die zieht sich durch wie so ein roter Faden. Ja, das fängt ja. Also der Rauch hat jetzt auch beim zweiten Verkosten abgenommen. Er ist noch da. Beim zweiten ist er jetzt ein bisschen trockener geworden. Ich habe so was wie, also definitiv so Zigarrenrauch. So ein bisschen Asche ist noch mit dabei. Diese Würzigkeit, also die ist jetzt im Mund, auf der Zunge eine ganze Ecke dominanter als der Rauch. Also jetzt beim zweiten Mal Verkosten auf der Zunge habe ich zuerst die Würzigkeit, die sich auch trägt, die sich durchzieht. So ein roter Pfeffer. Und für mich ist es roter Pfeffer. Dazu so eine frische Orange. Und dann sowas wie eben Zigarrenrauch, Asche. Und ganz am Ende, wie beim ersten Mal Verkosten, kommt jetzt noch so ein bisschen Schokolade dazu. Oder so Milchschokolade oder so Kinderschokolade, so irgendwas in der Richtung. Und im Abgang wieder langanhaltend, kräftig. Und da ist der Rauch wieder da. So eine Eichennote ist auf jeden Fall mit drin. Und ja, auch wieder Anis. Rauch, Eiche, Anis und die Würzigkeit, die jetzt so krass im Vordergrund stand, im Gegensatz zum ersten Verkosten, hat sich wieder relativ schnell aufgelöst. Also daran kann man wirklich eine ganze Weile viel Freude haben an einem Abend, wenn man etwas volleres Glas hat, sich Zeit lässt. Wenn man vielleicht sich auf die einzelnen Aromen konzentriert, so dieses, was picke ich mir so nacheinander raus. Und dann wirklich versucht, die einzufangen und irgendwo wirklich rauszuschmecken, wirklich Punkte rauszuschmecken. Und ja, ist wirklich, ja, ist gut. Mehr kann man da gar nicht sagen. Also mehr braucht man da auch gar nicht sagen. Wie gesagt, 46,6 Prozent finde ich für den Sommer super. Also das wäre für mich wirklich so ein Sommer-Whisky, der irgendwo frisch ist und gleichzeitig aber auch süßwürzig. Zum Grillen kommt der super. Ich habe es ja vorhin schon erzählt. Wir haben das jetzt vor ein paar Tagen am Wochenende haben wir das angetestet mit dem Smoker. Wir haben uns da einen netten Abend gemacht mit der Familie und nach dem Grillen haben wir dann auch den Artbag geöffnet, verkostet. Und ja, hat super gepasst. Man sitzt im Garten, schöne, warme, frische Abendluft. Man ist satt. Man hat, ja, was Schönes gegrillt. Hatte eben diesen leckeren, süßlich-herben Rauch, also der nicht nur wirklich gut geschmeckt hat. Also das Grillgut war echt lecker, sondern hat auch gut gerochen. Also der ganze Garten mit dem Grill drumherum hat gut gerochen. Und ja, ist nicht gefiltert. Was wird hier verwendet? Der Whisky lagert in PX-Sherry-Fässern, in Bourbon-Fässern und in neuen Eichenfässern. Ja, das wird dann alles vermehlt zu eben diesem leckeren Whisky. Eine Altersangabe, die kann man lange suchen, die steht nicht drauf. Also man kann aus Erfahrung sagen, wenn keine Altersangabe draufsteht, werden das wohl eher jüngere Jahrgänge sein, die da drin sind. Vielleicht unter 10 Jahren, vielleicht auch 10 Jahre, da der schon so ein bisschen an den Artback 10 erinnert. Nur eben noch ein bisschen würziger, noch ein bisschen dunkler, auch noch ein bisschen süßer. Also wäre es schon möglich, dass man sagt, da hat man irgendwie einen Anteil Artback 10 drin und vielleicht was Jüngeres. Ich würde da definitiv sagen, was Jüngeres. Ja, kauft ihn euch. Den gibt es, wie gesagt, in dieser Barbecue-Version mit dieser Metall-Tube, dem Smoker. Denkt dran, ihr braucht noch Chips dazu, also Wood-Chips zum Smoken. Die gibt es nicht dazu, die müsst ihr einzeln bestellen. Da könnt ihr einfach mal googeln, wo es die gibt. Bestimmt kann man da auch anderes Holz nehmen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Da ist dieser schöne Smoker mit drin. Manch einer mag vielleicht sagen, ist nur ein Spielzeug. Man kann sich auch einen richtigen Smoker in den Garten stellen. Für uns reicht es. Ich finde es klasse. Ist ein schönes Geschenk. Ist auch schön für sich selber. Den kann man dann auch wirklich mal aufmachen. Man kann es benutzen. Mittlerweile kriegt man den eigentlich, ja, ich glaube, den kriegt man gut. Für den Preis von, wie gesagt, das ganze Set liegt jetzt so bei ein paar und 50 Euro, glaube ich. Das weiß ich nicht genau. Kann man wirklich auch die Flasche aufmachen. Kann auch den Smoker benutzen. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass das jetzt ein wahnsinnig teures, seltenes Sammelstück ist. Es ist wirklich ein richtig schöner Whisky. Ein schöner Set, was einfach Spaß macht. Allgemein der Whisky macht Spaß. Der ist lecker. Das Set, das ist eine super Idee. Macht auch Spaß. Den kann man sich mal kaufen. Das kann man sich mal kaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Garten hat oder irgendwo eine Grillstelle irgendwo in der Natur. Gibt es ja öffentlich ausgewiesen. Oder ihr seid mal zum Grillen eingeladen. Habt eine Terrasse. Was auch immer. Dann bringt den mit. Nehmt den mit. Oder ladet Freunde ein. Stellt den auf den Tisch. Und sagt, so, heute wird gesmoked. Barbecue und dann eben in geselliger Runde den leckeren Whisky verkosten. Ob er was für Einsteiger ist oder nicht. Das ist jetzt eine wirklich schwere Frage. Er hat viele Facetten, viele Aromen. Einige sind ein bisschen klarer definiert. Einige muss man suchen. Einige, keine Ahnung, findet man vielleicht, wenn man gehört hat, was da drin sein soll. Das kann man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, also auch bei Profis, die lange verkosten, die Ahnung haben. Ähm, wenn man, es ist einfach menschlich, wenn man dann irgendeinen Aroma in den Raum wirft. Dass man sagt, hier ist das drin. Ich hab das jetzt gefunden. Da fängt man an zu suchen. Und oftmals hat man es dann. Und wenn man das nicht gesagt bekommt, wäre es einem gar nicht aufgefallen. Nee, aber, ja. Wie gesagt, probiert's. Kauft's euch. Den gibt's eben in diesem Set. Den gibt's aber auch ohne Set. Also den gibt's nur in Flasche und so einer Papptube, in so einem Pappkarton. Ähm, wenn ihr euch jetzt vielleicht nochmal eine Flasche kaufen wollt, dann müsst ihr euch hier nicht einen Schrank oder was auch immer mit diesen Metalldingern vollstellen. Kauft ihn euch halt in dem Set. Wenn man leer ist, dann einzeln. Ähm, ja, wird zur Standardabfüllung. Einer der Standardabfüllungen, ähm, von Artbag. Drei Stück hat er ja schon, oder hat die Brennerei ja schon. Das ist jetzt die vierte. Ähm, erinnert an den Artbag 10. Wie gesagt, ein bisschen dunkler, ein bisschen süßer, ein bisschen würziger. Und, ja. Viel mehr brauche ich dazu nicht sagen. Viel mehr gibt's auch gar nicht dazu zu sagen. Kauft ihn euch. Probiert's aus. Schreibt mal in die Kommentare, an was euch der erinnert. Ob ihr den Smoker mal ausprobiert habt. Tja. So, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hab mich heute vielleicht ein bisschen kürzer gefasst. Ähm, ich hab euch vielleicht Lust gemacht auf den Artbag Anoa. Wer weiß. Wenn ja, schreibt's mir. Wenn ihr den schon kennt, dann schreibt mir rein, was ihr alles da noch an Aromen gefunden habt. Und, ja. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen für das Video. Über ein Abo würde ich mich super freuen. Schreibt mich an. Gerne als Direktnachricht. Gerne in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Da habt ihr noch ein bisschen mehr Content von mir. Auch zu meinen anderen Hobbys. Und, ja. Auch Sachen, die nix damit zu tun haben. Sepp-Violette. Und, ja. In dem Sinne. Schmecken lassen. Schmecken. 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 Schmecken.